Mein Name ist Max Ziegelmauer von der Ziegelmauer Tankstellen GmbH aus Schrobenhaus. Im Hintergrund sitzt er unseren 1.100 Liter Wasseranhänger, der diesmal für die Staubbindung konfiguriert ist. Er eignet sich gut für das Binden von Staub auf Feldwegen, Kiesgruben oder wie ihr hier im Video seht, auf Reitplätzen. Er ist ausgestattet mit einer benzinbetriebenen Druckerhöhungspumpe mit bis zu 4 Bar Druck. Hinten verbaut ist ein Sprühbolken mit einer Arbeitsbreite von ca. 4 Metern. Auch dieser Tank ist in verschiedenen Farben erhältlich. Standardfarben sind Rot, Blau, Grün und Gelb. Weitere Farben auf Anfrage. Gerne beraten wir Sie dazu unter der 08252 909 620 oder unter der info at tankhandel.de